Musik Herzlich Willkommen zur sechsten Etappe des Afrika EcoRace. Dazu begrüßt Sie ganz herzlich, Ihr, Euer Lenz Leverkern. Nach einem sehr frühen Aufbruch in Dakhla und einem extrem reibungslosen Grenzübertritt kam die Afrika EcoRace Karawane an einem sehr windigen Montagmorgen in Mauritanien an. Da ein Großteil des Tages mit der Anreise verbracht wurde, erwartete man keine lange gezeitete Etappe. Aber es sollte eine gute Einführung in das sein, was die Teams in den kommenden Tagen erwartet. Insbesondere auf der Marathon-Etappe. Insgesamt waren 176 Kilometern gezeitete Etappe nach Chamis geplant. Aber die Geschichte sah anders aus. Sie wissen, dass das Wichtigste für das Afrika EcoRace darin besteht, dass der Wettkampf mit einem Höchstmaß an Sicherheitsvollkennungen stattfindet. Lassen Sie mich das auf Englisch wiederholen. Die Hubschrauber, die können heute nicht starten, weil es in Dakhla einen kleinen Sturm gibt. Und ich will mit euch definitiv kein Risiko eingehen. Erklärt uns Jean-Louis Schlesser. Ich kann nicht zulassen, dass 50 Biker blind in die Pampa hinausfahren. Wenn jemand verletzt wird und wir keinen Hubschrauber haben, sitzen wir in der Tinte. Das geht gar nicht. Sicherheit steht bei uns an erster Stelle. Das ist also der Stand der Dinge für den heutigen Tag. Die sechste Etappe also gecancelt aufgrund von zu viel Wind. Nicht nur in Dakhla, wo die Helikopter nicht starten konnten, sondern auch direkt im Anschluss nach dem Start dieser Etappe. Und das erklärt uns Jean-Louis Schlesser hier noch einmal. Ich war sehr überrascht. Am Anfang wussten wir es nicht, aber als ich meine Rede beendete, applaudierten sie alle. Irgendwie macht mich das glücklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ich denke, die Teilnehmer sind intelligent. Sie verstanden es, ohne Ausnahme. Sie haben eine wirklich gute Einstellung. Weil es immer so ist, weißt du, Menschen ohne Versicherung haben immer einen Unfall. Und unsere Versicherung sind die Hubschrauber. Kein Hubschrauber bedeutet kein Rennen. Der hat deutliche Worte von Jean-Louis Schlesser, auch in dem Match. Der ist da im Prinzip kleben geblieben in Dakhla. Nutzen wir also die Gelegenheit, um mal kurz zusammenzufassen, wo wir heute stehen und wie sich das Rennen bisher entwickelt hat. Und wir haben, wir starten mit den SSVs, also mit den Side-by-Side. Diese kleinen Wirbelwinde, die sind leicht wendig und bieten viel Spaß beim Fahren in Sand und in den Dünen. Die Woche begann allerdings schlecht für Philipp Pinchedez, den aktuellen französischen Langstreckenmeister. Er startete etwas übermotiviert und verseignte seinen Side-by-Side beim Überholen in einem Graben. Acht Kilometer vor dem Ende der ersten Etappe musste er aufgeben. Bis jetzt hat dieses Team jede Etappe beendet, aber sie tun sich schwer. Polo Ceci, der Sieger der Bikes 2018, dritten in diesem Jahr mit seiner Frau Sarah in einem SSV an. Acht Tage lang hatten sie nichts als Probleme, aber sie liegen noch im Rennen. Auch für den SSV-Sieger des Vorjahres, Jean-Louis Moniron, gibt es viele Probleme. Der französisch-senegalesische Pilot hält durch, ist aber trotz des Sieges in der ersten Etappe weit von der Spitze entfernt. Genau wie Jean-Claude Ruffier mit fast 80 Jahren ist er der älteste Teilnehmer auf der Strecke. Seine ewige Jugend ist unglaublich und inspirierend. Wie um alles in der Welt kommt er körperlich mit dieser verrückten Hitze zurecht und wird den ganzen Tag in seinem Baggi herumgeworfen. Seine Leidenschaft für den Sport resultiert in den 27. Platz im Gesamtklassement und 5. in der Kategorie. Er liegt weit hinter seinen Freunden, den Brüdern im Team B2F, Benoit und Bruno Fretin. In ihren separaten Fahrzeugen plagen sie sich die Geschwister seit Nador, aber sie bleiben optimistisch und lächeln im Biwak. Bruno belegt in der Kategorie den zweiten Platz. Er liegt knapp vor Jean-Luc Bisson-Cicaldi, der sowohl der vierte als auch die fünfte Etappe gewann. Die große Überraschung der Woche ist dieser Mann, Rudi Roxalan. Er kratzt an den Top Ten des Gesamtklassements und führt die Side-by-Side-Kategorie an. Eine echte Leistung in Sachen Konstanz seit Dienstag letzter Woche. Die Zusammenfassung der ersten Woche ist einfach unglaublich. Wir haben viel Spaß. Aus sportlicher Sicht führen wir im Gesamtklassement in unsere Kategorie mit zwei Stunden Vorsprung. Also müssen wir jetzt einfach cool bleiben. Wir werden versuchen, das Fahrzeug im bestmöglichen Zustand zu halten, um die Dünen Mauritaniens zu bewältigen. Kommen wir nun zu den dicken Brummern des Afrika Eco-Rays, den Trucks. In dieser Kategorie ist die Spitze extrem dicht, was uns zur Freude für viel Spannung sorgen sollte. Die Niederlande sind da gut vertreten. Art van Welsen ist zu diesem Zeitpunkt des Rennens ihr heißestes Eisen im Feuer. Er liegt auf dem vierten Platz in der Kategorie. Nach knapp acht Minuten vor ihm liegt der Belgier Igor Bowens. Nach dem Gewinn der ersten Etappe brach er sich einen Teil seiner Lenkshörer und hatte in der fünften Etappe Probleme mit seinem Turbo. Einen Platz weiter. Der Veteran dieser Kategorie Neu-Le-Serge, immer wieder mit strahlenden Augen unterwegs, war der erste Teil seines Rennens sehr konstant. Mit 75 Jahren hat er bisher keine Probleme und liegt in dem Top Ten der Gesamtwertung und auf Platz zwei der Trucks. Bravo, kann man da nur sagen. Dieser Mann hatte bisher nur ein Problem, aber das war massiv. Thomas Tomecek, AK-Captain Solo, der von Tag zwei anführte, verrauchte am letzten Tag in Marokko die Kupplung. Der sympathische Tscheche verlor damit seine Spitzenposition an Elisabeth Giacchinto. Tja, war scheinbar doch nicht bloß die Kupplung. Abgeschert, das teilt der portugiesische Motorsportler. Wir sind bei Elisabeth. Tja, hat alles gegeben, um die Ausfälle der letzten zwei Jahre zu vergessen. Sie beginnt die zweite Woche mit einem strahlenden Lächeln und der führenden Position. Es war eine wirklich harte Woche, sagt sie, weil ich wirklich schnell fahren wollte. Trucks sind ziemlich brutal bei hohen Geschwindigkeiten. Also musst du dich wirklich konzentrieren. Das erfordert viel körperlichen Einsatz und nicht selten tut es sauweh. Es ist schwer. Es war ein wirklich harter Teil der Rallye. Sehr starke Konkurrenz. Ich liebte es. Die Rallye war wirklich hart, kompetitiv. Und ich liebte es sehr viel. Die Auto-Kategorie hat diese Woche einige Überraschungen erlebt. Dominique Augieu war der Favorit als er Monaco verließ. Aber in Etape 4 übersah er einem Roadbook deutlich markiertes Gefahren Level 2 und fuhlt buchstäblich ab. Nach einigen Überschlägen landete er wieder auf allen vier Rädern. Und obwohl er mehr durchgeschüttelt als verletzt war, musste er leider aufgeben. Auf der anderen Seite sind die Gebrüder Kupriano von ihrer Woche begeistert. Normalerweise findet man sie am Steuer eines Kamas-Trucks. Und ihr erster Ausflug in einem Buggy erweist sich als ziemlich erfolgreich. Sie gewann die fünfte Etappe und sind insgesamt achte. Und unter den Top 3 finden wir drei Optimus-Buggys. Moment dominiert das MD-Team diese Kategorie. Jean-Noel und Rabanoel sind dritte und freuen sich über ihren bisherigen Erfolg. Direkt auf dem Fersen eines Veterans, der seit drei Jahren nicht mehr gefahren ist, Jean-Pierre Strigot und François Borzotto, juckt es nach Mauretanien zu kommen. Und sie wissen sehr gut, dass die 22 Minuten und 30 Sekunden, die sie von dem führenden Trennen, leicht in den Dünen aufgeholt werden können. Der führende ist sich dieses Drucks nur allzu bewusst. Wir hatten viel Spaß, die Optimus-Buggys ist immer noch vorne und das ist toll. Antoine Morel hat uns ein paar tolle Autos gebaut. Die Mechaniker arbeiten leidenschaftlich die ganze Nacht. Sie gehen spät schlafen, sie leisten wirklich gute Arbeit, sie schuften mit ganzem Herzen. Wir spüren es, wenn wir fahren und navigieren. Das Team arbeitet sehr gut. Es ist wirklich beruhigend zu wissen, dass hinter uns ein großartiges Team steht. Und hier ist die Geschichte eines Mannes mit einem Traum. Ein Mann, der wie die alten Biker davon träumte, mit seinem Motorrad nach Dakar zu fahren. Ji Jing Zhu ist hier, um diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Der erste chinesische Teilnehmer des Afrika Eco Race ist aus Shanghai angereist, um teilzunehmen. Wie sieht die Realität im Vergleich zum Traum aus? Das ist die große Frage. Tja, und diese Frage, die haben wir auch Ihnen gestellt. Ich möchte meinem Kumpel Guillaume Vidal danken, dass er mich dieses Rennen eingeführt hat. Natürlich, sobald ich davon gehört habe, ist es, es ist ja in Afrika und es ist der Traum eines jeden Bikers nach Dakar zu fahren. Es ist ein Traum. Also bin ich sehr glücklich dabei zu sein und äußerst begeistert, was dieses Rennen betrifft. Das Bike ist noch neu und die Rallye hat gerade erst begonnen. Sondern eigentlich vor nicht allzu langer Zeit in China, hat die ganze Geschichte erst für mich angefangen. Es wird immer professioneller und es gibt immer mehr Teilnehmer hier bei diesem Afrika Eco Race. Also glaube ich, dass es eine gute Zukunft für die Rallye im Allgemeinen und die Motorradrallye in China gibt. Ich schicke viele Fotos nach Hause und die Leute sind wirklich begeistert, sehr neidisch und erleben mit mir, wie Afrika aussieht. So funktioniert eine Rallye. Es gibt also viele Leute, die nächstes Jahr garantiert dabei sein wollen. Davon bin ich fest überzeugt. Ich habe die Steine von Marokko wirklich gehasst und ich möchte sie gerne wirklich weit, weit weg von mir schmeißen. Ich bevorzuge definitiv den Sand. Das ist etwas, das ich etwas besser beherrsche. Tja, das ist der Geist der Dakar. Das ist der Geist des Rallye Raids in Afrika. Und damit kommen wir zu den Bikes, zu den Protagonisten, die sich da vorne tummeln. Bei den Bikes dreht sich in der Spitze alles um den Kampf zwischen Italien und Norwegen. Der beste französische Biker sitzt auf Platz 7, Philipp Kavilius, ist Zahntechniker aus Metz und hat sich von Anfang an täglich verbessert. Die Top 5 setzen sich aus den üblichen Verdächtigen zusammen. Felix Jensen war durchweg konstant mit zwei dritten Plätzen und einem vierten und fünften Platz. Der Norweger liegt insgesamt auf Platz 5. Zwei Stunden und 23 Minuten hinter dem Führenden. Ein Sturz zu Beginn der Rallye erschütterte das Vertrauen dieses Fahrers ein wenig. Aber Simone Agazzi ist wieder in Form der Italiener, hat seinen Rhythmus beibehalten und befindet sich auf dem vierten Platz. Ganz in der Nähe von Martin Benko. Um genau zu sein 7 Minuten und 40 Sekunden trennen die beiden. Der Slowake vor zwei Jahren dritter bei dieser Rallye ist ein Außenseiter, der uns mit einem Podiumsplatz überraschen könnte. Die beiden Hauptakteure dieser Rallye sind jedoch diese Männer, Paul Anders Ullivalsetta und Alessandro Botturi. Der Norweger freut sich darauf, in die Dünnen Mauritaniens einzutauchen, die er sehr gut geht. Er liegt nur 7 Minuten und 16 Sekunden hinter Botturi auf Platz 2. Der Italiener ist schnell in der Navigation, könnte aber in den Dünnen einen Nachteil gegenüber dem Norweger haben. Wie auch immer er sich entwickelt, er freut sich, bei seinem ersten Einsatz im Afrika Eco Race der Spitzenreiter zu sein. Es ist mein erstes Afrika-Rennen und ich denke, es ist das unglaublichste Rennen. Und ich betone es nochmal, es kommt alles auf die Navigation an. Das ist alles hier fantastisch. Ich liebe die Wüste, es gibt mir meilenweit niemanden und du musst alles alleine machen. Tja, und das war es leider schon für heute. Nicht der Bericht, den wir geplant hatten, aber wir hoffen auf besseres Wetter morgen, damit wir endlich die Rallye-Action in Mauritanien genießen können. Und wir nähern uns damit immer weiter dem Ziel Dakar und dem rosafarbenen See. Auf die Teams warten morgen 480 Kilometer über Kamelgras und Dünnen. Die Navigation zwischen Gart und Nordruch-Kremi wird tückisch und am Ende des Tages fahren die Teilnehmer für die Nacht direkt in den Park Femme und geben den Mechanikern eine freie Nacht. Am Donnerstag bei der Handball-WM Chile gegen Co-Gastgeber Dänemark Und am Freitag in unserer Gruppe Brasilien gegen Titelverteidiger Frankreich Live bei Eurosport 1 und im Eurosport-Player Samstag Die Winter-Weltcups in Valdi-Firme Zuerst die nordische Kombination Und später übernehmen die Skisprung-Spezialisten Live bei Eurosport 2 und im Eurosport-Player Tja, unser Bild des Tages Wohin ist, worüber ge... 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 Untertitelung des ZDF, 2020